Hallo, das Jahr neigt sich dem Ende und an dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei euch zu bedanken für all die Views, Likes, Kommentare, Abos und das positive Feedback. Und als kleines Dankeschön haben wir etwas für euch vorbereitet. So, und deswegen zeigen wir euch jetzt alle Outtakes, die wir über das gesamte Jahr angesammelt haben. Alle Videos, die es in die vergangenen Videos hier auf YouTube nicht geschafft haben, seht ihr jetzt gleich. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß. In diesem Sinne wünschen wir euch schöne Feiertage mit euren Lieben. Genießt die Zeit, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und munter, damit wir uns im nächsten Jahr wiedersehen können. Nee, du sollst ja in diesem Sinne Tschüssi sagen. Achso, ihr winkt erst, wenn ich was gesagt habe. Ich denke, man winkt die endlich, die Knallgrippe. Okay. In diesem Sinne Tschüssi. Hallo und herzlich willkommen. Paff. Oh, das war der Außenspiegel. Buongiorno wollte ich sagen. Jetzt denke ich die ganze Zeit schon Porno. Genau. Hallo. Ah, geklatscht, ey. Fertig? Bist du fertig? Ich auch. Ja, komm, ich fang an. Ja. Brust raus, Bauch rein. Ja, ich bin nicht so steif da stehen. Warte, redest du da überhaupt nicht? Ich weiß überhaupt gar nicht, was du vor mir wünschst. Ich mach mich warm, Junge. Merkst du das nicht? Ich merke das nicht. Merkst du überhaupt noch was? Okay, ich fang gleich an, Jasmin. Passt mich drauf. Fertig? Nee. Autohaus Haarland müssen wir nicht erwähnen, ne? Filmst du schon? Okay, du bist bereit? 637 Newtonmeter. Ich hab das nicht im Kopf. Von 389 PS. Das ist kein Kacke jetzt, ey. In 3, 2, 1. Hi, willkommen in unserem... Nein, auf unserem Kanal. Nochmal von vorne. In unserem Kanal. 1, 2, 3. Ich bin's, der Kai. Und ich bin dabei. Du sagst, hi. Du sagst, heute. Ich sag, geht's um... Philippe. Philippe ist neu bei uns. Philippe. Neu bei uns im Team. Philippe. Philippe ist bei uns neu im Team. Philippe, ja, ähm... Hat sich heute erst mal Gummistiefel angezogen. Genau, hat sich erst mal vorbereitet mit Gummistiefeln. Das ist sehr gut. Und das hat Kai mir schon gesagt, ich soll Gummistiefel anziehen. Wieso bist du eigentlich der Einzige von uns, der Gummistiefel anhat? Safety first. Ach ja, und? Meine Stiefel, danke Kai, habe ich gar nicht gebraucht. Ja. Honey. Sag ich auf den Knopf gedrückt, ist das noch an, ja, ne? Ja, ist noch an. Das zeige ich gleich, gleich noch mal. Ah, die 400 Volt Hochvolt Batterie mit einer Leistung von 17,3 Kilowatt findet ihr hier platzsparend. Das ist eine Pommes. Das ist positiv. Ey, man, YouTube ist auch für Späskis. Bloß weil Kai immer den Karpfen im Gesäß hat, können wir doch ein bisschen lustig sein. So, das machen wir jetzt. Ist ja mal hier. Wir fangen jetzt durch die Füße durch und manche macht dich jetzt richtig lustig. Na, warte, nein. Oh, Kamera. Nein, Köttch, hatte so einen Spaß. Gut. Wir wollen doch schnell nachgucken, was die offizielle Höhe ist. Nein. Wir müssen da. Ja, genau. Wir messen da. Wir sind authentischer. Ja, genau. Wir wollen falsche Namen. Viel genauer, als die TÜV-Onkels das können. Ich rede jetzt ein bisschen mehr. Ich singe ein Lied, dass es knistert und knackt. Auf geht's. Wir müssen es durchziehen. Ich war ja wie ein Sonnenbrand. Lackiert, ist schwarz, hoch, glanz, lackiert, schwarz, hoch, glanz, lackiert, 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 in schwarz, hoch, glanz, lackiert, lackiert. Es geht auch hier weiter mit Lackierung. Lackiert. jona der jona ernst der ist aber gar nicht immer so ernst ja machen wir einfach jetzt ein paar sachen hier so handstand soll man rad machen es wäre seriöser auto channel hier nicht dass ich mir die hose reiße eigentlich bin ich gar nicht so guckst du dir an wie sie da wieder rumgammeln und wieder schnattern hast du das drauf da sind sie alle maske ich brauch die maske drei wetter taft Osnabrück 12 uhr 18 grad die haare sitzen test test 1 2 3 nein erst mal von vorne das war jetzt viel zu schnell kommt es ist eine sehr geil fack ich heute die ich habe das wort gar nicht zu haben 637 newtonmeter in kombination mit dem elektromotor elektromotor hat wortfindungsstörungen ich kann hier runterspringen und ihr könnt live dabei sein wie ich mir ein fußgelenk breche geht's dir gut da müsste man natürlich vorher das fenster zu machen das ist ja auch nicht so schlecht der ram ist ein importiertes fahrzeug da gibt es noch eine besondereheit auf dem schlüssel eine besondereheit so hat okay hast du ton jasmin hast du ton hast du ton ton ok jetzt ist der drin der wurm der kommt wieder und haut gleich wieder ab da kommt er wieder raus wird jetzt gut geht in den kasten rein und schallert da richtig schallert richtig das ist total echt total authentisch deswegen man weiß dass immer wenn du aufnehmen wenn du selber einfach nicht lachst du machst so doch nein so mache ich nicht so pizze patze putze 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 die auto von innen und außen andere seite auch mit holm drin abc säule du hast noch druck oder was der wagen hat ein sechsgang doppelt stufen kupplungs doppel kupplungsautomat sechs stufen doppel kupplungs der wagen hatte ich stell dir nochmal darüber ich habe heute morgen ein frosch im hals nein so wo kann man kappen machen ich möchte kratzen muss weiß dass wir vorher erstmal eine stellen so abkratzen das muss mir doch noch mal kratzen dann machen wir wahrscheinlich wieder am besten cut cut tschüssi